Nimm eine entspannte Position im Sitzen oder Liegen ein. Und lasse deinen Atem kommen und gehen, so wie er kommen und gehen möchte. Und während du den Klängen lauscht, kannst du dich mit jedem Atemzug tiefer und tiefer entspannen. Wann immer du möchtest, kannst du die Augen schließen. Spüre einmal gut hin, wie sich dein Körper auf der Unterlage oder dem Stuhl oder Sitzkissen anfühlt, könnte deine Position noch angenehmer sein. Erlaube dir jetzt und jederzeit, dich zu bewegen, um deine Position zu verbessern. Gibt es Körperbereiche, die du noch mehr entspannen kannst? Vielleicht die Füße und Beine oder das Gesäß oder den Rücken. Ist es dir möglich, noch mehr loszulassen? Vielleicht im Bauch- oder Brustraum oder im Schultergürtel und den Armen und Händen oder oder im Nacken- und Kopfbereich. Und möglicherweise gelingt es dir auch, die Kiefermuskulatur etwas zu lockern und ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Und vielleicht magst du mit diesem Lächeln in deinem Gesicht meinen Worten folgen. Du kannst aber jederzeit auch von den Klängen begleitet auf deine ganz eigene innere Reise gehen. Lass deinen Atem fließen, so wie er gerade fließen möchte. In deinem Tempo, in deinem Rhythmus. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Und vielleicht möchtest du mit dem nächsten Atemzug, der da ganz von selber kommt, einmal ganz dankbar dich und dein Leben annehmen, das annehmen, was ist. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Und mit jedem Ausatmen gibst du verbrauchte Atemluft ab. Und mit jedem Einatmen nimmst du frische, neue Atemluft auf. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Und genau so gibst du ganz von selber. Mit jedem Ausatmen verbraucht es und überholt es ab. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest aus. So wie immer. Und mit jedem Einatmen nimmst du ganz von alleine Neues, frische Energie auf. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. So wie immer. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Möchtest du nun einmal einen ganz besonders tiefen und bewussten Atemzug zulassen. So kannst du ganz bewusst mit dem Ausatmen Altes und Überholtes abgeben. Und du kannst ganz bewusst mit dem Einatmen Neues und frische Energie aufleben. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Gibt es etwas, das du mit dem Ausatmen vielleicht noch abgeben möchtest? Last und Schwere vielleicht. Oder Trauer oder Wut. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Gibt es etwas, das du mit dem Einatmen vielleicht noch aufnehmen möchtest? Vielleicht Liebe. Vielleicht Licht. Vielleicht Licht. Und Heilung. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest aus. So wie immer. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest ein. So wie immer. Wann immer du atmest, gibst du mit dem Ausatmen Altes und Überholtes ab. Und du nimmst mit dem Einatmen Neues und frische Energie auf. Wann immer du bewusst deinen Fokus darauf richtest, kannst du dies verstärken und unterstützen. und gezielt einsetzen. Dein Atem fließt. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest aus. Du atmest ein. Du atmest aus. 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 Erst. Du atmest aus. buried aus. Du atmest aus. So wie immer. So wie immer. Wende dich nun mit deiner Achtsamkeit wieder deinem ganzen Körper zu. Vielleicht magst du ein paar kleine Bewegungen mit Fingern und Zehen und Händen und Füßen versuchen. Und dein Gewahrsein langsam wieder auf das Außen richten. Und dein Gewahrsein langsam wieder auf das Außen richten. Und komme in deiner Zeit wieder gut und ganz im Hier und Jetzt an. Und dein Gewahrsein langsam wieder auf das Außen richten. Und dein Gewahrsein langsam wieder auf das Außen richten. Und dein Gewahrsein langsam wieder auf das Außen richten. Vielen Dank. Vielen Dank.